Stromi ist weg. Oh, noch einer. Oh, doppelte Punkte. Okay, immerhin. Muss ich erst mal upgraden. Oh, meine Schrumpfler, der kennt nicht mehr. Oh, Stinkies. Nein, nicht Stinkies, die anderen. Uuu, ich hab Angst. Nein, nein, diese Schleimdinger da. Die Schleimos. Professionelle Bezeichnung. Ja, die explodieren und sich mit Kotzen bewerfen. Also, so wie Chris. An guten Tagen. Kotzis, ja. So, Schrumpfler noch mal zweimal geupgradet. Komm, ich geh da auch einfach mal in die Kiste. Ach, das war ein Upgrade. Das ist ein Upgrade, ja. Bitte, ey, bitte keine Stromis. Das war die beste Idee, das aufzumachen. Ja, total, absolut geile Idee. Ich freue mich richtig. Jetzt kommen wir immer wieder hier in Kontakt. Was soll denn das, Alex? Du gehst auf Abstand. Das verstehe ich nicht. Jetzt kommen sie ja von überall. Das finde ich ja geil. Insta-Kill, jawoll. Ey, mein Exo ist im Arsch. Stromi. Stromi ist tot. Ja. Boah, Insta-Kill plus die Slams einfach. Oh, wir haben Insta. Ja. Ich höre bis, du komm hier halt da. Stromi? Ey, Junge, hau jetzt hier ab mit deiner Waffe. Ich dachte, du wolltest, dass ich zu dir komme. Jetzt bin ich hier. Ah! Oh, Insta-Kill. Ah, nee, DNA. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, wie die alle heißen hier. Das ist so schlimm. Zu viele Informationen. Ja. Mit dein kleines Erbsnieren. Ja, 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 ja. Ich wollte gar nicht mal so mal. So Zombies. Zwei Stück. Stromi, ey. Oh, so viele Zombies. Oh, da ist noch ein Stromi. Er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Ey, das ist so unglaublich. Die sind so Zombies, ne? In so einem Zombie-Bordus. Ich töte sie alle. Kannst du das gerne machen. Gleich liegst du dagegen. Sicherheit. Sicherheit. Du läufst durch. Eier läuft hinterher und das Tor so matscht ihn. Da ist noch eine Drohne. Braue nicht. Ich schon. Ich zerstöre die alle einfach so. Gleich ist die Zeit vorbei. Gleich ist die Zeit vorbei. Jetzt. Wir müssen einfach auf Hilfe warten. Wir müssen einfach auf Hilfe warten. Wir müssen einfach auf Hilfe warten. Okay. So, nutzen wir den Mülleimer. Stromi und ich bin schon wieder ohne Energie. Oh, fuck. Ich hätte vielleicht mal vorher meinen Nanoschwamm raushauen sollen. Du bist so dumm. Ey, nein. Das ist keine Lüge. Oh, ja. Jetzt geht die Drohne. Fuck you. Fuck you, too. Ey, ich hab den doch gekillt. Wie viel schluckt denn der? Boah, ich bin eigentlich im Arsch. Ich hab den Stromi weggehauen. Da ist noch einer. Es sind drei Stück. Ey. Gehen auf und mit der Scheiße, bitte. Boah, ich muss. Wir laufen. Ah, nicht. Wir laufen uns gegenseitig über den Haufen. Deswegen laufen die nicht eben schön im Kreis. Ich renne aber auch im Kreis. DNA. Ja. Easy. Kannst du ja doch was. Easy. Oh, nein. Ich glaub, mich sieht man jetzt gerade nicht. Ich hab dieses Blutzeug. Oh. Glaube ich zumindest. Also das war. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Diese Kratzer, sind das die nicht? Ja. Das ist eine Tarnung. Die doppelte Punkte nochmal ausnutzen. Der stirbt nicht. Wie viel schlucken der? Die schlucken alle mittlerweile verdammt viel. Du musst deine Waffe upgraden. Ja, mach ich ja schon. Aber erst nächste Runde. Oh, Stromi, Stromi, Stromi. Wo ist der Stromi hin? Wo ist der Stromi hin? Wir müssen den Stromi töten. Da ist er doch. Jawoll. War das der letzte? Ja. Und nochmal upgraden. Zweimal. Jede Waffe einmal. Die zweimal und der hier einmal. Immer noch einen roten Punkt. Ich habe Stufe 4 und 5. Ich habe jetzt 7 und 5. Ja, sehr gut. Oh nein. Stinkys, glaube ich. Stinkys, Stinkys? Ah ne, Hundys. Ja, die gehen. Die sind easy going. Oh, ich habe dieses scheiß Visier auf der BAL. Diese komische Ruppe, wo man so reinzoomt. Ja, kannst du mit L3 als normales machen. Mit L3? Ja. Wir haben hier einen Nanoschwarm. Das ist voll cool aus hier drin. Munition. Was ist denn da drin? Disco! Willst du die Punkte nehmen? Was? Willst du die Punkte nehmen? Welche? Die sind Punkte. Dann nehme ich sie halt. Wo sind Punkte? Wenn du sie es nicht haben willst. Geh weg da. Jetzt auch. 100 Punkte waren drin. Unfassbar viel. Ja, die gönne ich dir sogar. So nett bin ich wieder zu dir. Das ist ja richtig, richtig nett von dir. Kann bloß so gütig sein wie der Chris. Ja. Einfach der Hammer. So. Dass sie wieder gut machen dafür, dass du, äh, dass, äh, ne, ich sag's nicht. Das widerspricht sich. Oh, 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 oh. Wird sich widersprechen. Ich lass es. Ich wollte ziemlich oft angehittet. Nur mit Flachzangen hier am Spielen. Oh Gott, oh Gott. Hier geht's. Jawoll. Insta-Kill. Erstmal hier schön im Nanoschwarm schimmeln. Oh, shit. Runde 2. Oh, Max Ammo. Am besten einen Nanoschwarm nach dem anderen raushauen. Erstmal hier alle wegboxen. Oha. Das ist, das hier ist kein Nanoschwarm. Das ist einfach ein Heiko-Schwarm. Der tötet einfach alles, was mir zu nahe kommt. Das war alles schön weggekillt. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Oha. Wurde angeschleimt. Und ich war verdammt oft angehittet gerade. Oha. Ich seh ganz, ganz viel Rot. Und ich seh den Stromi. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie einfach. Wer hat sich das einfallen lassen? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist bestimmt so einer bei Activision, der einfach seine ganzen Mitarbeiter auch hat. Ja. Das Test spielen müssen. Vermutlich. So fallen, 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 fallen. Oh, 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 oh. Okay. Easy, easy, easy. So. Wow. Tja. Keine Herausforderung. Ne, leider nicht. Die wird nochmal geupgradet. Zweimal. Soll ich auf neun hochbringen, oder soll ich die andere auf sechs hochbringen? Mach doch was, Herr Wels. Ich mach die andere auf sechs. Immer noch Rotpunkt. Was soll denn der Scheiß? Wow. Das ist? Oh, Strobi. Der war einfach da. Der war einfach da. Einfach da, von so Plupp und so? Ja. Ah, ich wollte keine Ahnung schauen. Ich wollte eigentlich die andere Granate nehmen. Uh. Die tötet mich sofort. Und die leider nicht so. Die gibt zwar viele Punkte, aber von vielen Punkten hab ich nichts. Also nicht so wirklich was. Wir überleben, du. Hier schon in den Schwarm rein. Der Schwarm weg. Tatsächlich. Und die Zombies sind richtig verteilt und Strobi. Bei mir war noch nicht ein, Strobi. Ach du lü, jetzt hab ich hier schon wieder einen. Scheiße, mein Muni ist sehr knapp bei der andere. Wie sind denn das, ey? Hier. Na, wir schauen für euch. Oh, komm, komm, komm. Stip, 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 stip. Am besten einfach öfters hier durch. Oh, da ist ja auch ein Strommi bei mir. Was? Ich hab die doch erwischt. Mensch, doch. Ich bin down, ich bin down. Ey, wie viele sind das denn hier? Ich versuch gerade erstmal von den Strommis wegzukommen. Ja, bei mir sind auch zwei. Oh. Oh, jawohl. Was ein Move. So, hier. Aufstehen. Alles klaro. Bin wieder down. Ich hol die Drohne. Ich hab eh noch die Tarnung. Bin schon wieder down. Nein, noch nicht. Ist das dein Ernst? Boah. Ja. Drohne bereit. Schnell verschwinden. Nicht, dass wir uns wieder gegenseitig hier überlaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No more. Keine Ursache. Ich bin mein Exo schon wieder gefickt. Doppelte Punkte. Doppelte Spaß. Bäm. Ich glaub das war es jetzt so langsam. Jawohl. Ich hab Munition. Puh. Munition sehr gut. Ich upgrade jetzt mal wieder. Ja, ich auch. Ich könnte die Schrubbflinter... Ja, soll ich Schrubbflinter machen? Ne. Erstmal muss ich auf 10 hoch. Oh ja. Ich muss auf 10 unbedingt. So, ich hab jetzt erstmal meine BAL. Runde 21 schon. Du hast 20 getippt. Ja. Ich wollte das nicht so spannend machen. Die Drohne haut ordentlich was weg. Aber jetzt langsam wird es schon kritisch finde ich. Ja, langsam wird es echt schwer. Weil die halten noch richtig viel jetzt aus. Oh mein Gott. Ich bin genau im Tunnel. Fuck it. Fuck it. Nein. 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 Ich bin einfach gut. Alex. Was noch 10 Sekunden? Ich warte auf deine Wiederbelebung. Kannst du eigentlich irgendwas? Oh Gott. Ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach. Ja. 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 Oh mein Gott. Ja. Strumi. Nein. Lauf Chris. Oh mein Gott. Da liegt was drin. Instakill. Oh. Jawohl die Rettung. Ja. Oh. Den auch noch. Doch ey. Alter. Ich war kein Problem. Ich war voll entspannt die Runde. Alter. Ja. Für dich vielleicht. Ich hab gelegen und hab die zugeguckt. Oh mein Gott ey. Instakill ist mir noch aktiviert. Oh seh ich auch. Ich bin schon wieder down. Oh nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht sein. Alter. Das ist halt nicht mein Modus. Oh shit 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 shit. Ich wurde so oft gerade angehittet. Ich hab's alle gekillt. Ich hab's alle gekillt. Ich hab's auch instakillt. Ah fuck. Ich hab's alle killen können mit instakill. Ich hab's auch hier. Ich versuche sie alle erstmal wegzauern. Das müssen wir meisten. 10 Sekunden ist er noch. Ich bin wieder da. Ey. Wie viel das gerade aussah. So. Alter. Alles easy. Alles in Butter. Ja. Chris bewegt dich. Danke. Warum hast du dein Mikrofon ausgestellt? Ja weil ich wieder Besuch hatte. Oh toll. Das ist davon. Ich sag halt noch. Hey. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt aufnehmen. Bitte stören mich nicht wenn du schlafen gehst. Alles klar. Kein Problem. Ja. Das ist immer besonders geil. Fuck the system. Oh du Wichser. Komm wir müssen da zusammen hin. 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 Keine Munition mehr. Also für die Granaten zumindest. Uh. Da war ein Stromtyp glaube ich. Irgendwas ist hier gerade gejumped. Uh. Alter. Ey. Hau her. Diese stinkenden Drecksviecher. Och ey. Bin ich auch noch hier. Hey. Wisst ihr was eine tolle Neuerung wäre für unseren Zombie Modus? Elektrozombies die den exodeaktiven und stinkenden Zombies. Hahaha. Schnell rein hier. Ach wie viele sind denn das noch? Na nicht mehr so viele glaube ich. Jawoll. Nachladen. Warte. Ja okay. Oh. Kannst du die Munition holen? Oder die Credits? Kannst du haben. Okay. Ist aber lieb von dir. Ja so bin ich. Einmal auf Level 8. Einmal auf Level 10. Upgraden. Jetzt noch schnell upgraden. Ach. Ich upgrade mal lieber nicht. Da kommt direkt einer. Ach. Komm. Ein Burst. Entschädel. Dann sind sie tot. Alter. Bei mir wird es hier so knapp. Ich sag's dir. Ja. Bei mir sieht es auch nicht gerade besser aus. Oh mein Gott. Doppelte Punkte. Hey. Diese Stromdinger. Ja. Ich war doch schon längst weg. Warum kann der mich immer noch. Oh. Nochmal hier. Um so easy wie möglich Punkte abzusahnen. Ich muss einfach nichts machen. Einfach Angst vor mir haben die. Ich bin down. Weil einer von hinten kam. Was? Du bist down? Ja. Ey. Solange er noch insta-kill ist versucht dahin zu kommen. Das ist easy. Ich kann die auch alle weg holen. So. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Steh auf. Ich werd mal gleich erstmal Quick-Weave holen. Wär glaub ich ganz praktisch. Wärts auch holen? Ja. Falls ich mal down gehe. Ich bin schon wieder down. Ach das gibt's doch nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Super. Junge. Nimm sie auseinander. Ich kann dich nicht wieder überleben. Es tut mir leid. Junge. Überleb mal wieder. Für was wir sollen ich so gebrauchen ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Lebt da Leute der Junge so unfähig. Oh schon wieder. Da geht auch die Scheiße. Oh Gott. Lass mich einfach überleben Zombies. Lass mich einfach überleben. Könnt ihr nicht einfach alle verrecken auf einmal. Ich hab auch keine Upgrades mehr. Also keine Extras. Special Waffe da Alter. Ja. Ich eier hier mit ganz normalen Waffen nur rum. Mach die Sache bisschen schwerer Alex. Weißt du das? Geldsack hab ich bekommen. Es interessiert ihn einfach nicht. Es interessiert ihn einfach nicht. Es gibt einfach einen Fick drauf. Okay der Stromi ist weg. Schauen wir jetzt die letzten zu sein. Komm wie du der mit ausräucherst. Ein Zombie ein ganzes Magazin. Die ist ja auch geupgradet Minion. Das mach ich jetzt auch mal. Guck mal was ich jetzt alles mache. Ich hab 16.000 Punkte. Ach warte hier. Ich bin ja nett. So Exosanität erstmal geholfen für dich. Bäm. Nummer eins. Du bist so lustig. Bäm. Nummer zwei. Und. Hallo. Bäm. Nummer drei. Soll ich die andere upgraden? Was meinst du? Drei Upgrades hab ich noch. Allerdings. Das ist mir so egal. Ich mach jetzt mal beide auf die gleiche Stufe. Ach geht ja gar nicht. Ich brauch noch ein paar Punkte. Schade. Dann töd ich ihn jetzt mal. So Chris. Was hast du für eine Waffe? Willst du mich verarschen? Hey es ist ne ernst gemeinte Frage. Was hast du für eine Waffe? Ich weiß nicht was ich mir mache. Ich dich gleich in dein kleines Arschloch stecke. Das klingt aber schön. Wo ist denn jetzt hier die? Oh Gott. Ich seh es jetzt schon kaum. Ich darf dich nur wieder überleben. Oh mein Gott. Alex. Was tue ich jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Ich mach nicht mal so ne Echse. Fuck. Dann komm ich auch gar nicht mehr hin. Ich hab meine Waffen wieder. Oh das ist gut. Immerhin. Daran hast du mich auch nicht erinnert ne? Dass man die einsammeln kann. Ich fragte doch extra. Was für ne Waffe hast du? DNA. Ah ich meine Echse muss ich mir neu holen. Ja. Nach der Runde am besten. Weil jetzt wird es auf jeden Fall nicht klappen. Ich renne da jetzt einfach hin. Ja no risk no fun. Genau so sieht es aus. Bruder. Mein Exo ist kaputt. Deaktiviert. Ja weil wir durch die... Ich bin down. Wie kommt das bloß? Was? Also Leute. Dieser Modus ne? Er fuckt einen so ab mit diesen dritten Zombies. Er fuckt einen aber richtig ab. Och ey. Er verstört dein Leben einfach. Oh mein Gott sind das viele? Wie viele sind es noch? Wie viele sind es noch? Ari ich riskiere es jetzt einfach. Nein ich brauche es doch nicht mehr riskiere. Toll. Jetzt bist du einfach da. Jetzt verschwindest du einfach. Jetzt will ich dich retten. Jetzt verschwindest du. Es ist unfassbar mit dir. Ja bevor ich mit so einem Team Kameraden spiele. Dachte ich mir lieber. Nimm den einfachen Weg. Oh oh. Was macht mein Controller jetzt gerade? Ich hab grad übelste Verzögerung gehabt. Schon wieder. Ich weiß es nicht. Alder nein. Nein. Doch. Doch. Nein nein nein. Doch. Ein transitions claims im Alfred. Oh 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 oh. Die 1 hasta. Du hast doch mehr genug Platz ey. Mach doch hier nicht. Schass das irgendwie so spannend ist. dass das enge ist und so es sind ja schön wenig zombies ja eben wenn ich mal irgendwas vollautomatisches haben was zufällig raketen schießt und keine ahnung 2000 schuss hat und einfach keine ahnung der ganz viel eher schießt das ist immer schön oh mein gott da wärst du fast im arsch gewesen alex fast 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 boah ey ich störe wie du dich auseinand nimmst war der noch da stromis ja kann sein dass deine granaten immer sofort explodieren ja ich habe auch kontaktgranaten geholt alles gut die hören ja gar nicht auf zu spawnen die vermehren sich du musst dir vorstellen du spielst es gegen die masse die eigentlich für zwei spieler gedacht sind ja und du weißt schon wie das jetzt weitergehen wird diese ganzen zombie runden dass er jede runde abkacken werde genau wie sie wieder das easy gar kein problem so ein bisschen schade dass ich mal alleine spielen muss alles ich muss jetzt in den raum wo den exo gibt vielleicht wird es lieber mitkommen ja okay mache ich wissen du ich habe jetzt nur noch die mp als waffen was am rande also ich komme auch zum extra raum jetzt bin ich auf dem rückweg auch man ich bin glaube ich schon wieder im arsch ich bin schon wieder ich habe ja auch gar kein quick revive ach hier mehr leben warum bist du nicht einfach durch die durch ein dings da gegangen ich war schon ich glaube du warst schon da ja ich wollte mir das leben aber holen ach so ja ja das tut mir wieder für die leid die mir zugucken müssen wir gleich wieder zu ja toll oh fuck oh fuck oh fuck oh nein rest in peace doppelte punkte hey kann ich nicht einmal tarnung hier bekommen bitte das ist so belastend ein bisschen vielleicht hat es ja im black ops 3 ein bisschen besser zu sein und zum immunos da üben wir dann von stunde eins an stunde eins heißt erst mal die fern das muss ich nicht üben da möchte da habe ich eher mitleid mit den mitspielern mit mir also alles ich weiß nicht aber du bist viel zu hektisch und schön dass du einfach nur mal herläufst hast du auch noch einen anderen wortschatz ähm 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 ja wie schlecht er ist wie schlecht er ist ich bin tot ich bin gestorben ey aber immerhin haben wir immerhin 2 14 fast 3 4 ist runter ich bin glücklich aber ich glücklich bin bist du glücklich chris ich höre dich irgendwie nicht mehr ich bin glücklich hörst du mich jetzt ich höre dich nicht mehr ich habe gerade meine Kopfhörer kaputt gemacht glaube ich jetzt höre ich dich also ich habe schon wieder nachguckt dass er wieder an mir liegt Alter ihr wisst gar nicht was an dem tag dieser aufnahme hier alles abging pass auf man kann sowas drücken wir wollten um 14.30 Uhr aufnehmen jetzt haben wir 1.10 Uhr in der nacht ich musste meinen kompletten pc neu aufsetzen alles das war ja der reinste horror also es war wirklich es war wirklich so wie als wenn er höhere macht und ich wollte dass ich aufnehme dass alex aufnimmt dass wir aufnehmen naja jetzt ist auf jeden fall vorbei wir haben 25 runden geschafft ich würde mal sagen applaus an chris der hat wirklich top gespielt danke ich bin irgendwo fünf mal da umgegangen ja das ist das richtig gut gewesen für meine fans auf jeden fall wie gesagt freunde ich zocke kein zombie normalerweise wirklich gar nicht ja auf jeden fall ist es jetzt vorbei vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat und ihr euch auch auf w3 freut dann lasst ein like da wenn ihr zombie sehen wollt und so weiter und so fort schreibt es gerne in die kommentare rein dann habe ich auch vielleicht mal den chris dabei mal gucken vielleicht hat der kevin ja zeit dann kann der ja auch noch mitmachen der freut sich ja auch über den sommer ist fertig und ich würde mal sagen das letzte wort geht an chris ja abonniert einfach meinen neuen kanal ja ich hoffe euch das natürlich auch gefallen wie gesagt wenn ihr wirklich lust habt dann abonniert meinen kanal wie gesagt in der video beschreibung ansonsten war es das und wir sehen uns beim nächsten video wieder wo auch immer genau tschüss was was ich habe aber media nicht gestartet alter dein ernst ja ich kann doch auch nicht lust das kann doch wohl nicht dein ernst sein es tut mir so leid du willst es nochmal machen oh mein gott es tut mir leid oh gott es tut mir leid das tut mir leid du bist